Du bist viel unterwegs und möchtest überall ein Gerät dabei haben, das es dir ermöglicht, dein Filmmaterial zu zeigen. Dann brauchst du einen Mini-Beamer. Die kleinen handlichen Geräte kannst du ohne Umstände mit dir führen. Außerdem sind sie einfach und unkompliziert in der Handhabung. Das Modell von Toptro ist ausgestattet mit integriertem Stereo-Lautsprecher. Du hast aber auch die Möglichkeit, Kopfhörer, Soundbars oder Bluetooth-Lautsprecher anzuschließen. Des Weiteren lässt sich der Mini-Beamer auch an dein Heimkinosystem anschließen. Das Gerät verfügt über eine Zoom-Funktion, die es ermöglicht, die Bildschirmgröße zwischen 100% und 75% zu justieren. Vielseitig einsetzbar ist der Beamer auch durch seine HDMI, USB, VGA, AV und SD-Schnittstellen, über die du ihn mit Smartphones, PC, Laptops usw. verbinden kannst. Im Lieferumfang enthalten ist ein abnehmbarer Staubschutz, der sich an der Seite des Projektors befindet. Er hilft das Objektiv sauber zu halten. Der ViewSonic Mini-Beamer ist noch kleiner und leichter als das Gerät von Toptro, allerdings auch etwas teurer. Das Gerät kann mit Netzkabel betrieben werden, ist aber auch mit Akku ausgestattet, wobei die Akkuleistung einen mehr als zweistündigen Betrieb des Gerätes ermöglicht. Im Lieferumfang enthalten sind ein Micro-USB-Kabel und eine Fernbedienung. In einer Testuntersuchung im PC-Magazin erhielt der Beamer die Note sehr gut. Angesichts dessen mag der hohe Preis des Beamers durchaus seine Berechtigung haben. Der Top-Vision-Beamer beeindruckt vor allem durch seine Soundqualitäten. Das Gerät verfügt über eingebaute Dual-Stereo-Lautsprecher mit SR-Sound, die sich vom Mittelmaß abheben. Klanglich bieten sie dir höhere Höhen, ein präzises Alt sowie auch einen kräftigen Bass. Außerdem ist das Gerät mit einem hervorragenden Kühlsystem ausgestattet, das dir eine hohe Kühleffizienz bietet und für ein geringeres Lüftergeräusch sorgt. So werden die außergewöhnlichen Klangerlebnisse nicht durch den Lüfter gestört. Außerdem führt die gute Kühlung zu einer längeren Lebensdauer der Glühlampe, sodass du das Gerät 15 Jahre lang verwenden können solltest. Preislich liegt der Top-Vision-Beamer zwischen den Geräten von Toptro und ViewSonic. Der Edge-State-Beamer liegt preislich sogar noch über dem ViewSonic-Gerät und ist das teuerste der hier vorgestellten Fabrikate. Das Gerät zeichnet sich aus durch besonders hohe Farbwiedergabe und eine Zoom-Funktion, durch die sich die Bildgröße von 100% auf 50% reduzieren lässt. Außerdem ist der Beamer mit einer 2-Kanal-Wärmeableitung ausgestattet, die herkömmliche Projektoren in ihrer Effizienz um 62% übertrifft und so den Energieverbrauch des Beamers damit erheblich reduziert. Außerdem ist das Gerät mit einer hochwertigen LED-Lampe von besonders hoher Lebensdauer ausgestattet, sodass du lange an diesem Beamer Freude haben kannst. Qualität hat ihren Preis und so ist dieser Beamer trotz seines hohen Preises keineswegs überteuert. Der Jabber-Beamer zählt zu guter Letzt wieder zu den eher preiswerteren Geräten. In jedem Fall kann der Beamer jedoch als technisch solide gelten. Er verfügt über ein SRS-Soundsystem und bietet damit besten HiFi-Sound. Außerdem ist ein besonders leises Kühlsystem verbaut, das den Hörgenuss nicht beeinträchtigt. Des Weiteren ist das Gerät mit der Smart Eco-Technologie ausgestattet, die den Stromverbrauch der LED-Lampe minimiert und so ihre Lebensdauer erhöht. Auch eine Zoom-Funktion ist vorhanden, durch die die Bildgröße von 100% auf 75% reduziert werden kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017